brauchst du da 5 Sekunden dafür oder was? erstes mal pushen ne ich hab ja können wir ja einer auf dem B-Haus noch einer B-Haus unten das sind 2 2 2 und 1 Bombe liegt aber nicht hier ok da waren trotzdem 2 rum ist hier oh Gott guten Job bereit für die nächste Runde du hast ihn gesehen 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 Gartner's down nach einer der letzte Tankstelle Blende Balkonkiste der ist Döner der läuft vorne am Panzer entlang dann wenn du schon so nichts machen kannst dann rand euch rein dann rand 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 du hast noch mal langsam ja? nix gestern rot vor mir schon alter ja ja schon weak war ein Panzer oder so so ein scheiß nade auf den Spot einer einer kommt der ist am W-Spot hab ich an dem Heuballen einer ist hier Kuhle und einer ist Heuballen A-Spot ja er holt mich alter einer ist noch Kuhle ja er holt mich alter bomb is armed über dir da ist über dir da ist ich schieb durch ihn durch seht ihr das? meine Fritz ey was ist der Witz ey bombt auf gehts weiter 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 eliminate eliminate the objective we got the bomb ah fuck ich bin fullstun ich bin fullstun ich bin angefrackt ich bin angefrackt jetzt eine ist der is weak schöner coole irgendwie sowas garten garten ich bin weak einer kommt tankstelle wo ist der letzte ich muss blenden Grundgang Grundgang ja du brauchst du brauchst deine Deckung mit einem Planter ja naja ich wollte eigentlich nur weg ähm jo one on one der Typ am Eingang am Eingang war der davor mein gott hast du FMJ drauf auf deinem Ding? ähm nein sag ja jetzt das sind die Plaza Klassen was ich gerade hab switching sides search and destroy defend the objectives eine neue Statue ich hab den gestand der Nate müsste ich ihn holen ja hab ich vom roten Auto oder so muss noch einer sein bhaus top boah der hat mich geholt mit einer Granate bhaus unten war der sorry gleich hinterlob einer war Kiste wo noch? von wo schießt der? Kiste jetzt gespielt wohl's war da gerade einer im Rundgang hier? bleibt angeschossen ich weiß nicht von wo top oder so B-Spot geht zu dir Klero der kommt zu dir top ist down B-Spot der kommt zu dir rechts 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 Klero rechts der für Nate auf 8 zum Glück hat Velo den einen da noch erwischt ja da oben auf den auf den hatte ich schon drauf gesprüht aber dann kam der am B-Spot ich hab auch wieder ein ganzes Magazin gebrochen bis die Schüsse mal gezählt haben mit einem B-Spot Gott sei dank hat der dich nicht gesehen Klero eh Huh Tarnmodus an Bar-Tour ja ja wot Camouflage äh lass mal nächste Runde also Verteidigung mach mal drauf ran ho ok und Fullstun ich hab ihn auch gestunnt der rennt Richtung Dönhorn der ist Dönner drin ein Dönner drin Banz und Nate ist aufm A-Spot Dönner hab ich einen weg der kam von A-Spot Blente 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 äh von einer noch wo war der schönes Ding also eine Runde noch auf geht's nochmal drauf ja würd ich vorschlagen oder ja ja bei mir auch ja bei uns allen ist es ja gut hat er keinen Bock mehr Das war's für heute.